Der Word Seed Podcast. Du hast Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Word Seed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, es passiert ständig. Wir schrumpfen. Wir haben einfach gar keinen Zugriff mehr auf unsere Erwachsenen Ressourcen und kommunizieren wie ein Kind. Und genau darum wird es heute gehen, wie du herausfindest, dass du gerade mit deinem oder einem inneren Kind kommunizierst. Ob es nun um deine eigene Person geht oder in der Kommunikation mit anderen. Auch andere schrumpfen ständig und verfallen in das Kind ich. Wie du das erkennst und wie du damit umgehen kannst, auch wenn es gerade um dein inneres Kind geht. Das erfährst du heute. Ein super wichtiges Thema. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee oder ein Wasser und los geht's. Servus, grüß Gott und hallo aus Wien. Ich grüße euch und hoffe so sehr, dass es euch gut geht. Ich bin hier voller Freude, habe hier gerade mein Podcast-Plätzchen eingerichtet und gucke hier gerade in so einem Innenhof, der total grün ist. Und ganz viele Altbauten hier um mich herum ist total schön. Ich genieße diesen Blick gerade sehr. Für alle, die gerade nicht so informiert sind, was ich hier erzähle. Ich bin gerade in meinen Workations in Wien und habe mich jetzt hier die letzten Tage eingelebt und nehme von hier aus gerade diese Podcast-Folge für dich auf. Und es ist total nett hier. Es ist echt richtig schön. So, ich musste gerade erst mal mein Podcast-Mikro zusammenbasteln, weil ich nach Dänemark in die Workations gefahren bin, habe ich es ganz gelassen. Und jetzt dachte ich, ich bin richtig schlau, baue das mal komplett auseinander. Ich war gerade dezent überfordert. Really tolle Idee. Kennt ihr das? Von solchen tollen Ideen hat man manchmal echt viele, wo man sich denkt, es ist richtig schlau. Und danach denkt man sich, nee, war es nicht. War einfach mal gar nicht so schlau, wie man dachte. Das passiert mir ja echt häufig, muss ich sagen. Jetzt lache ich drüber in dem Moment, mich immer ein bisschen wütend. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Wer ist wütend? Eigentlich ist mein inneres Kind wütend. Das geht nicht, das klappt nicht. Und dann bin ich richtig genervt. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Über unser Kind-Ich und das Kind-Ich von anderen Menschen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, was uns tagtäglich begegnet, ohne dass wir es ganz oft merken. Umso wichtiger, dass es uns mal bewusst wird. Weil wir kommunizieren nämlich auch ganz oft aus unserem Kind-Ich heraus und haben dann gar keinen Zugriff mehr auf unsere Erwachsenen-Ressourcen. Das ist richtig blöd. Und das ist auch häufig der Grund, warum wir uns in verschiedenen Situationen, insbesondere in Kommunikationssituationen, echt hilflos fühlen. Richtig überfordert oder richtig wütend und genervt. All das kann passieren, wenn wir aus dem Kind-Ich kommunizieren. Und genau so geht es uns auch, wenn wir versuchen, mit jemand anderem zu kommunizieren, im Erwachsenen-Ich sind, aber unser Gegenüber im Kind-Ich ist. Und wir das Gefühl haben, boah, man kommt hier nicht weiter. Es ist, als würde ich gegen eine Wand laufen. Oh, der ist so stur, der Typ. Und sie ist so zickig, so eine Diva. Ein kleiner Hinweis, würde ich sagen. Aber wir fangen mal von vorne an. Ich wollte eigentlich heute eine andere Podcast-Folge aufnehmen, aber wie du vielleicht merkst, bin ich voll im Thema. Ich beschäftige mich in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem Thema Altersregression, so nennt man das Ganze auf schlau, wenn wir ein bisschen schrumpfen. Also wenn wir gar nicht mehr im Erwachsenen-Ich sind und die Erwachsenen-Kompetenten, Smarten und High-Performer Männer und Frauen sind, sondern uns hilflos fühlen, uns klein fühlen, uns vielleicht nicht geliebt fühlen. Und es klingt jetzt alles sehr dramatisch. Und ich muss sagen, liebe Freundinnen und Freunde, es ist dramatisch. Umso wichtiger, dass wir uns heute mal diesem Thema widmen. Deshalb habe ich alle anderen Ideen, die ich eigentlich noch hatte. Ich hatte mittlerweile schon so eine Liste mit Podcast-Folgen-Ideen. Habe ich das alles mal nach hinten geschoben, weil irgendwie ist das Thema gerade so in mir, dass es jetzt erstmal raus muss, sonst kann ich keine andere Podcast-Folge aufnehmen. Also nochmal ganz kurz zum Thema. Wenn ihr Wünsche habt bezüglich Podcast-Folgen oder sowas, dann schreibt mir doch total gerne entweder eine Mail an durchstarter-at-wordseed.de oder über Instagram at wordseed-coaching über Facebook oder andere Kanäle, je nachdem, wo ihr so unterwegs seid. Und noch eine spontane Ankündigung und ja, dann geht es wirklich los. Nächste Woche findet eine Fortbildung statt, eine Online-Fortbildung. Sie heißt gesunde Feedback-Gespräche und da geht es darum, wie es dir gelingt, gesund Feedback zu geben, vielleicht auch Kritik zu äußern oder auch deine Meinung zu sagen. Alles, was so ein bisschen unbequem vielleicht in der Kommunikation ist und auch mit Feedback umzugehen. Weil sind wir mal ganz ehrlich, es gibt ganz schön viele Leute da draußen, die haben echt kein Talent dafür. Also wenn du mich fragst, die können das nicht ganz so gesund, finde ich. Also da ist es schon echt schwer, sich das nicht zu Herzen zu nehmen, umso wichtiger Strategien zu haben, wie wir damit umgehen können, weil wir kommen um dieses Thema nicht drumherum. Auch wenn wir versuchen, das zu umschiffen, wir kriegen ständig Feedback. Gefragt und ungefragt, vor allem ungefragt, ob wir wollen oder nicht, gesund und ungesund. Wir kriegen oft die volle Ladung ab. Umso wichtiger zu wissen, wie man damit umgeht, aber auch mit Lob umgehen. Ganz viele Menschen können überhaupt nicht mit Lob umgehen. Das wird gleich niedergeschmettert und geredet. Ach, war doch halb so wild. Ach, gar kein Problem. Ja, das hat mich gar nicht angestrengt. Das war auch gar nicht kompliziert. Genau. Also, wenn ich irgendwas davon angesprochen habe, meld dich an. 18.8. 17 bis 20 Uhr. Das wird richtig gut. Und es wird vor allem nachhaltig für deine persönliche Weiterentwicklung. So. Jetzt aber Altersregression. Wir schrumpfen ständig. Und da kann sich wirklich keiner von frei machen. Und ich erlebe es im Coaching tagtäglich, dass die Menschen in diesem Moment schrumpfen oder wenn sie von dieser Problemsituation erzählen, dass sie da extrem im Kind-Ich hängen. Und das ist generell nichts Dramatisches. Es ist tatsächlich sehr, sehr häufig so. Es ist nur wichtig, dass es uns bewusst wird und dass wir das ändern. Dass wir uns da entweder Hilfe holen, weil ich persönlich glaube, aus meiner eigenen Erfahrung raus, dass es echt schwierig ist, sich da im Selbstcoaching und Selbstmanagement da irgendwie rauszuholen. Weil wenn wir erstmal in diesem State drin sind, ist es ja nicht so einfach. Da hilft oft Anleitung tatsächlich. Ich habe auch einige Themen gehabt und habe auch immer noch einige Themen, an denen ich arbeite. Und auch ich kenne das total, diese Altersregression. Und wir haben das in ganz, ganz unterschiedlichen Kontexten. Je nachdem, was in unserer Kindheit so Tango war. Und das kann man auch gar nicht so pauschalisieren. Es gibt ganz unterschiedliche Situationen. Ich nenne dir einfach mal ein paar Beispielsituationen, dass du eine Vorstellung hast von der Altersregression und der Kommunikation, wenn wir erstmal im Kind ich sind. Häufig sind es Situationen, wo sich Menschen hilflos fühlen oder unsicher oder sich etwas nicht trauen zum Beispiel. Obwohl zum Beispiel, das ist echt ganz klassisch im Coaching vor allem, die Menschen sitzen vor mir und sagen, Lisa, mir ist das rational total klar. Aber emotional kommt das überhaupt nicht an. Das ist ein absoluter Schlüsselsatz. Und ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, das kennen wir doch alle. Also ich hatte gestern erst eine Situation, wo ich für mich gesagt habe, da habe ich mich ein bisschen geärgert über eine Äußerung, weil ich immer denke, wie kann man denn sowas sagen oder schreiben? Ich verstehe das nicht. Und rational war mir das total klar, dass diese Aussage sehr viel über die andere Person aussagt und die da irgendwie nicht in ihrer Mitte ist. Und emotional war mir das überhaupt nicht klar. Ich habe mich unter Druck gesetzt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich werde jetzt auf den Prüfstand gestellt. Was soll das jetzt hier eine Warnung sein oder wie soll ich das jetzt verstehen? Und da merke ich, da bin ich natürlich total ins Kind ich gerutscht. Und das ist ganz häufig so ein Indiz, wenn wir sagen, Mensch, rational ist mir das total klar, aber emotional ist es überhaupt nicht da. Das ist ganz oft so, wenn wir im Kind ich sind, wenn wir irgendwie geschrumpft sind, entweder Kleinkinder sind, Schulkinder, Jugendliche. Auf jeden Fall nicht die erwachsenen und kompetenten Menschen, die wir jetzt sind. Und das macht ja die Situation so unangenehm, weil wir in diesen Situationen keinen Zugriff auf unsere erwachsenen Ressourcen haben. Also Situationen sind zum Beispiel, ich kann da jetzt nicht anrufen, ich kann dem jetzt nicht sagen, dass ich es nicht mache oder diese Überzeugung, ich muss es allen recht machen, ich darf hier keine extra Ansprüche haben, ich darf niemanden zur Last fallen oder ich will niemanden zur Last fallen. Das sind alles so diese Gefälligkeitsbedürfnisse, dann bin ich in Sicherheit, auch ein großes Sicherheitsbedürfnis, dieses Schutzbedürfnis, was wir haben. Das sind alles so Sachen, die wir brauchen, vor allem im Kindesalter. Ich suche mir außen Sicherheit und Schutz. Ich meine, darauf waren wir auch immer angewiesen. Und manche inneren Kinder kriegen den Absprung nicht, dass wir als erwachsene Menschen auf uns selbst aufpassen können. Zum Beispiel auch das Thema alleine sein. Ich kann jetzt nicht alleine sein, jetzt fährt der oder die wieder im Urlaub und lässt mich alleine oder ist nicht zu Hause oder jemanden sehr auf so ein Podest heben. Oh, der ist total toll, der hat das schon alles geschafft und ich nicht. Das ist teilweise auch etwas, wo wir eine Hierarchie herstellen. Und da können wir wirklich mal unseren Alltag reflektieren. Wann stellst du für dich selbst eine Hierarchie dar, indem du jemanden auf ein Podest hebst oder dich selbst? Und dann brauchst du dich nicht wundern, warum es dir denn schwerfällt, deine Meinung zu sagen, deine Bedürfnisse zu äußern. Das ist zum Beispiel ein Riesending, Bedürfnisse äußern. Und das ist bei ganz, ganz vielen so, dass sie da vom Alter wirklich schrumpfen. Das ist ja eigentlich auch total logisch, weil viele haben das im Kindesalter nicht so richtig gelernt oder ganz das Gegenteil gelernt. Du musst dich zurückhalten. Du darfst anderen keinen Kummer machen. Und das ist das, was so in der inneren Welt ist, weil das wurde uns ja so beigebracht. Und es wurde uns nicht beigebracht nach dem Motto, hey, du darfst sagen, was dich bedrückt oder wenn dir etwas nicht gefällt, dann darfst du das äußern. Oder wenn dir etwas nicht passt oder dich ein Verhalten verletzt, dann kannst du da den Dialog suchen. Das ist ja der Grund, warum viele Menschen total konfliktscheu sind und sagen, Mensch, ich bin total harmoniebedürftig und gehe damit, ja, allem Konflikt oder allem Widerstand irgendwie aus dem Weg. Das ist halt auch häufig ein Zeichen für eine Altersregression. Genau so, so das bockige Kind, ich mache das jetzt gar nicht, das geht nicht, ich kann das nicht, will das jetzt nicht, das funktioniert alles nicht, die nehme ich überhaupt nicht ernst. Ja, Mann ey, ja, genau so was, das sind so Äußerungen. Das ist kein Erwachsenenstate, den wir da hören. Das ist ein Kind-Ich, was wir dort hören. Und das kann auch wieder sein, wir haben es nicht gelernt, mit diesen Situationen umzugehen. Wir haben vielleicht nicht gelernt, mit Frustrationen umzugehen oder womit auch immer. Da haben wir keinen Zugriff auf unsere Ressourcen oder es wurde im Kindesalter so krass verankert, dass es viel stärker ist als die Ressourcen, die wir uns im Laufe des Erwachsenenlebens oder des Heranwachsens irgendwie zurechtgelegt haben. Und so ist es ständig, dass Menschen schrumpfen. Immer muss ich hier die Arbeit für andere machen und Hauptsache der macht jetzt hier wieder frei. Immer muss ich mich um alles kümmern. Immer muss ich diese blöden Aufgaben machen und die anderen machen die guten Aufgaben. Das ist halt so dieses Ich-fühle-mich-ungerecht-Behandelt-Ding oder jetzt hat die schon wieder abgesagt. Immer sag die ab, auf die kann ich mich gar nicht verlassen. Das ist total unfair. Aber für die andere Freundin hat sie immer Zeit, aber für mich nicht. So ein bisschen theatralisch meinerseits dargestellt, aber es ist tatsächlich das, was in der inneren Welt abgeht, weil ein inneres Kind kann sich mal schnell zurückgesetzt fühlen oder ich bin zu anstrengend für andere oder ich bin nicht geliebt oder alles ist so unsicher, ich kann mich auf nichts verlassen, ich fühle mich verlassen, ich bin hilflos, ich kann das nicht, ich traue mir das nicht zu, ich kann diese Führungsposition oder dieses neue Angebot nicht annehmen, ich bin nicht gut genug dafür. Und ganz, ganz oft, man kann nicht sagen immer, aber häufig ist es wirklich so ein Altersregressionsding, dass wir in solchen Situationen echt schrumpfen oder wir kriegen eine richtige Ansage von irgendjemandem und das kennen wir vielleicht aus der Kindheit, dann kann das mal schnell sein, dass wir uns so zurückgebeamt fühlen, dass wir genau in diesem State sind, das sieht man körpersprachlich zum Beispiel sehr, sehr gut, die Menschen gucken nach unten, sind sehr in ihrem Gefühl, sind sehr zusammengesackt häufig in ihrer Körperhaltung, deshalb halte ich als Therapeutin und als Coach es überhaupt nicht für sinnvoll, dann die Leute aufzufordern während des Coachings, es wird einem in manchen Ausbildungen echt beigebracht, Mensch, guck mich mal an, guck mich mal an, guck mich mal an, um die Leute aus diesem Problemstate rauszuholen. Wenn aber emotionsbasiert gearbeitet wird, macht es manchmal tatsächlich Sinn, die da drin zu lassen, weil du merkst dann, das ist ja deine Resonanz als Therapeutin oder als Coach, dass die da gerade wieder rauskommen, wenn sie sich langsam wieder aufrichten, wenn sie wieder in der Lage sind, Augenkontakt zu halten, Blickkontakt zu halten. Und deshalb, wenn die dann nach unten gucken, dann sind die da total im Gefühl, wie fühlt sich das an, wieder fünf zu sein, sieben zu sein, sich schutzlos zu fühlen, überfordert zu sein mit sich und der Welt, wenn alles zu viel wird. Und das ist so wichtig, sich da empathisch erstmal zu begegnen, weil ganz oft kommt so, das strenge Erwachsenen-Ich raus und sagt, das geht jetzt nicht, schon wieder, wieder so motzig, so bockig, du musst dich zusammenreißen, das geht jetzt hier nicht, du hast jetzt keine andere Wahl, entweder du sagst jetzt deine Meinung oder du musst halt damit leben, kriegen wir gleich wieder eins auf den Deckel. Weil womöglich haben wir das auch so gelernt, das Erwachsenen-Ich ist ja ganz oft auch ein Spiegel dessen, was wir von Erwachsenen kennen, die Erwachsenen, mit denen wir in der Kindheit vielleicht Kontakt hatten, das muss jetzt funktionieren, das geht jetzt nicht, du musst dich zusammenreißen, ein Kind hat sich so und so zu verhalten und das ist tatsächlich oft der Dialog unserer Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, Erziehungsberechtigte, was auch immer, was wir dann übernommen haben. Und dieser Dialog spielt sich ab, haben wir ja in der Kindheit oft genug gehört. Sauspannendes Thema, wirklich sauspannend. Und dann tadeln wir uns selbst. So, toll. Geht's uns natürlich gleich viel besser. Nein, natürlich nicht. Was fehlt, ist eine empathische Begleitung und zwar unsererseits, dass wir uns empathisch begleiten, indem es uns erstmal auffällt, hey, irgendwie habe ich da ein Thema, ich schrumpfe da gerade. Ich bin gar nicht erwachsen und kompetent, ich bin gerade irgendwie ein Kind. Und das sage ich ganz oft im Coaching, wenn wir dann herausgefunden haben, hey, irgendwie gibt's da eine Situation, wo die Person ein bisschen geschrumpft ist. Das ist erstmal das auch nicht zu bewerten oder entwerten. Also es muss auch überhaupt niemandem unangenehm sein, weil ihr glaubt gar nicht, wie oft das passiert, echt. Also bei uns allen täglich, da kann sich wirklich keiner von frei machen. Und so weit möchte ich mich mal hier aus dem Fenster in den schönen Innenhof lehnen. Und dann auch die Empathie für sich zu entwickeln und das ist ein ganz spannender Moment auch im Coaching, wenn man für sich klar macht, hey, keine Ahnung, man fühlt sich so, manche können es auch gar nicht sagen. Die schrumpfen und können gar nicht sagen. Manche sagen aber auch, oh Lisa, ich fühle mich wie sechs. Die können es ganz konkret benennen, wissen nicht, woran sie es festmachen. Manche haben auch eine konkrete Story im Background dazu, aber das ist alles gar nicht notwendig. Wenn man sich dann mal überlegt, so ein sechsjähriges Mädchen oder so ein sechsjähriger Junge soll plötzlich eine Führungsverantwortung haben. Kein Wunder, dass das überfordert ist. Das ist doch Wahnsinn. Wenn man mal das Erwachsenen nicht fragt, hey, du bist jetzt, ich sag mal 29, würdest du dir das zutrauen mit 29 Jahren, mit den Ressourcen, die du so am Start hast, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, mit der hohen emotionalen Intelligenz, die du am Start hast, wirst dir zutrauen, so eine Leitung zu haben? Ja, das Erwachsenen nicht würde sich das schon zutrauen. Aber doch kein siebenjähriges Kind. Wie soll denn das gehen? Das kann ich total verstehen, dass das viel zu viel ist. Und alleine diese Empathie für sich selbst zu entwickeln, für sich selbst klarzukriegen, ja, also natürlich ist ein siebenjähriges Kind oder ein achtjähriges Kind oder ein zwölfjähriger Jugendlicher damit überfordert mit der und der Geschichte oder mit der und der Situation, wenn plötzlich der Chef, die Chefin ankommt oder die Freundin da so unzuverlässig ist oder was auch immer, man sich zurückgesetzt fühlt. Und so ein Kind fühlt sich dann nicht gesehen und versteht die Welt plötzlich nicht mehr. Und alles hat ja irgendwie mal irgendwo angefangen, eine Ursache. Und da ist es total wichtig, eine Empathie zu entwickeln, indem es uns auch erstmal klar wird, hey, okay, ich mache das ja hier gerade nicht mit böser Absicht, ich habe da gerade überhaupt keinen Zugriff auf meine Kompetenzen, auf meine Ressourcen. Das kann Wut sein, das kann Angst sein, das kann Hilflosigkeit sein. Hilflosigkeit ist zum Beispiel super klassisch, extreme Unsicherheiten, all das sind so Indizien. Oder für den eigenen Wert einstehen. Welches Kind hat denn gelernt, für den eigenen Wert einzustehen? Hm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Zum Thema Wut fällt mir gerade noch spontan etwas ein. Ich habe neulich von einer Freundin, mit der habe ich mich neulich unterhalten und wir haben beide ein Buch gelesen, letztes Jahr, also schon ein bisschen her und über dieses Buch sind wir irgendwie im Gespräch nochmal gestolpert. In diesem Buch stand, Wut ist manifestierte Angst. Da habe ich jetzt schon die letzten Wochen und Monate echt drüber drauf rumgedacht. Wut ist manifestierte Angst. Ich möchte es dir einfach mal mitgeben, ohne dass ich das kommentiere, für deine innere Welt. Mal sehen, ob du irgendwas draus machen kannst oder nicht. Ich finde es ein interessanter Gedanke, sagen wir so. So, Altersregression. Ich komme wieder darauf zurück. Ich sitze hier tatsächlich gerade und rede mir das von der Seele. Es gibt hier keine Notizen oder sowas, weil ich es so wichtig finde, dass wir mal gemeinsam in diesen Prozess einsteigen. Auch bei anderen Menschen wirst du feststellen, wenn sie schrumpfen, sei aber vorsichtig mit deinen Wertungen. Das ist zum Beispiel der Fall und eigentlich gleiche Indizien wie bei uns selbst. Jemand ist dann total bockig oder ich kann das nicht oder macht dir plötzlich einen Vorwurf. Immer machst du das oder nie geht das oder ich fühle mich total vernachlässigt hier oder immer muss ich das alles machen. Das sind so Äußerungen. Das sind ganz oft kindliche Äußerungen. Was kannst du machen? Erstmal vorsichtig sein. Keine Belehrungen, weil ganz oft ist es so, das triggert in uns etwas. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist evolutionär bedingt. Aber wie gesagt, keine Evidenz dahinter. Dass wir dann, wenn wir jemandem begegnen, der so ins Kind-Ich rutscht, automatisch ganz, ganz häufig entweder ins Erwachsenen-Ich rutschen und fast belehrend sind. Das ist echt ekelhaft. Oder auch ins Kind-Ich rutschen. Und dann findet ein Dialog in Häkchen auf Augenhöhe statt. Aber so richtig krasse Problemen, Lösungskompetenzen etc. haben Kinder bedingt. Auch Kinder sind dann irgendwann mit ihren Emotionen überfordert. Das, was du machen kannst, wenn du feststellst, dass jemand schrumpft, ist zu fragen, entweder was brauchst du gerade? Oder was genau ist gerade richtig doof, wenn sich jemand aufregt? Oder was du auch noch fragen kannst, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? Das ist eine Frage auf der Meta-Ebene. Und damit kann es dir gelingen, jemanden aus dem State rauszuholen. Weil mit dieser Fragenform tust du ja letztendlich so, als wäre die andere Person gar nicht in diesem Prozess, in dieser Situation involviert. Du holst also beide aus dieser Situation raus mit dieser Frage, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? Und manche sagen, ja, man kann doch mal nachfragen, geht es hier gerade wirklich um den Termin? Oder geht es gerade eigentlich um etwas anderes? Und wichtig ist, wie du die Frage stellst, dass du sie empathisch stellst. Nicht, indem du es vorführst, na, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? Sondern von Herzen zu fragen, hey, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? Geht es dir gerade wirklich um den Termin? Oder steckt da vielleicht etwas anderes dahinter? Und je nachdem, was dein Bauchgefühl sagt, das könnten Strategien sein, die helfen. Grundsätzlich ist aber wichtig, dass wir diesem Thema begegnen, um für uns klarzukriegen, dass wir jetzt erwachsen sind, dass wir unserem Hirn das auch ein bisschen beibringen. Hey, 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 ich weiß, du hast das so abgespeichert, du hast das lange, lange so gelernt und trainiert. Aber in der Zwischenzeit ist ziemlich viel passiert. Guck mal, ich bin schon ganz schön groß. Und ich glaube, ich kann das schon. Und da sind wir genau bei diesem Punkt. Ja, rational ist mir das total klar. Emotional habe ich da überhaupt keinen Zugriff drauf. Und ein ganz häufiger Satz in den Wortmedizinrezepten, die meine Coaches bekommen, ganz viele bekommen nach dem Coaching, ein E-Rezept mit Wortmedizin. Also tief, tief in meinem Inneren bin ich ja Fachärztin für Wortmedizin. Irgendwann wird es diese Fachrichtung noch geben, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, und ich habe das hier heute ganz offiziell schon verkündet. Und in diesen E-Rezepten mit der Wortmedizin ist ganz häufig der Satz, so oder so ähnlich, ab sofort bleibe ich in sämtlichen Situationen, die erwachsene und powervolle oder der erwachsene und smarte Mann oder dem erwachsene und powervolle oder kompetente Frau, die ich bin. Immer wieder als Erinnerung. Ich bleibe die erwachsene Frau, die ich bin. Ich bleibe der erwachsene Mann, der ich bin. In sämtlichen Situationen bleibe ich erwachsen. Das ist eine ganz wichtige Erinnerung für unser Hirn, dass wir das trainieren. Häufig muss davor immer noch mal ein bisschen Arbeit geleistet werden. Das stelle ich im Coaching fest, zum Beispiel noch ein paar Selbstvorwürfe sich anzugucken oder so Verantwortungsdinger. Ich bin verantwortlich für meine Schwester, für meinen Bruder, für meine Mama, für meine Oma, für wen auch immer. Das ist ganz oft auch so ein Ding. Ich muss mich um alle kümmern, weil es einfach eine Erfahrung aus der Vergangenheit ist. Und da darf sich einiges sortieren. Und ich möchte dir diese Gedanken einfach mal mitgeben, dass du für dich mal schaust, in welchen Situationen fällt es dir vielleicht schwer, erwachsen zu bleiben? Oder hast du vielleicht schon mal jemanden beobachtet, dass es dieser Person schwerfällt, erwachsen zu bleiben, in dem Erwachsenen-State zu bleiben? Und wie gesagt, es ist nichts, wovor man sich schämen muss. Es ist ein erlerntes Verhalten. Und es ist ganz oft auch aus der Not heraus, weil wir nicht wissen, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen sollen, weil es etwas ist, was uns tief im Inneren triggert, dass es eine Urangst oder etwas ganz anderes in uns triggert, eine Erfahrung, die uns sehr geprägt hat. Manche wissen auch gar nicht, warum ist denn das so? Aber es ist immer in diesen Situationen. Weil ganz oft wissen die Menschen ganz genau, welche Situationen es sind. Und manchmal ist es tatsächlich schon hilfreich, so ging es mir, zu verstehen, warum verhält man sich denn so, wie man sich verhält. Bei mir war es immer Situationen mit so einem Hilflosigkeitsding. Weil ich mich hilflos fühle, kann ich mir ja de facto gerade selbst nicht helfen. Und das ist ja ganz, ganz oft so, das ist ja die Erfahrung, die wir als Kind oft gemacht haben. Ich bin hilflos, ich kann mir ja selbst nicht helfen. Es muss jemand kommen und mich retten quasi oder sich um mich kümmern. und das sind Erfahrungen aus der Vergangenheit, die können unterschiedlichster Natur sein. Auch da kann es sein, dass die mal in verschiedenen Gewändern aufgetreten sind, dass wir diese Erfahrung von Hilflosigkeit gemacht haben oder von Unsicherheit, wie zum Beispiel, ich kann mich auf das Wort anderer Leute nicht verlassen. Das ist auch sehr, sehr prägend. Menschen sind unzuverlässig, ich muss vorsichtig sein. Und diese Hab-Acht-Stellung, das kann ein Riesending sein in Beziehungen, in Freundschaften, im beruflichen Leben, in der Selbstständigkeit, im Business, wie auch immer, überall tritt es denn irgendwie auf. Und das ist total interessant. Bei manchen ist es auch von Rolle zu Rolle unterschiedlich. Das ist wahnsinnig spannend. Und kommunikativ ist es wichtig, im inneren Dialog sich damit Empathie zu begegnen. Erstmal festzustellen, hey, ich hab's da gerade mit einem Kind zu tun und stell dir mal dein kleines Ich vor mit fünf, sechs. Also mein kleines Ich hatte immer so eine kleine Latzose an und so ein Halstuch um, zwei Zöpfe, ich hatte wahnsinnig lockige Haare und Gummistiefel. Ah, steh ich da. Und es macht was mit uns, wenn wir uns unser kleines Ich vorstellen. Und das irgendwie gerade alles total doof ist. Ich hatte natürlich auch immer einen Teddy auf dem Arm. Mein Teddy ist der coolste. Und da eine Empathie zu entwickeln, wie soll denn dieses kleine Würmchen echt mit so einer Situation umgehen? Wie soll denn das gehen? Das geht gar nicht. Und das ist, zack ist man da schon oft in einem Prozess der Selbstverzeihung. Mensch, dass man Empathie entwickelt. Und wie gesagt, ich möchte dir jetzt hier nicht eine Pauschallösung geben, weil meiner Meinung nach gibt es die nicht bei sowas tiefsitzendem wie so Altersregressionsgedöns. Aber ich möchte dir sagen, dass ich mir wünsche, dass du mal drauf achtest in deinem Alltag. Vielleicht ist dir auch während des Podcasts schon eine Situation eingefallen, wo du sagst, ja, original, genau das ist es. Sich nicht gesehen fühlen, sich überfordert fühlen oder immer muss ich das machen oder ich muss Rücksicht nehmen. Ich kann jetzt niemanden zur Last fallen und so weiter. Das ist echt ein Ding. Da darf man, denke ich, noch mal hingucken, weil das ist richtig Lebensqualität, wenn man so ein Ding erstmal geknackt hat und das habe ich schon häufiger auch im Coaching festgestellt und auch an mir selbst. Das ist eine Entlastung sondergleichen, weil du plötzlich Zugriff auf deine Ressourcen in dem Moment hast. Richtig, richtig, wichtig. Empathische Kommunikation, wenn du merkst, du schrumpfst, aber auch mit anderen, wenn du das feststellst, Empathie. Empathie ist, denke ich, das A und O, gesunde Kommunikation, wertschätzend zu sein, auch respektvoll zu sein. Ein Kind hat Respekt verdient, ja, auch dein inneres Kind und alle anderen inneren Kinder, die da draußen rumlaufen und da mal für sich zu gucken, Mensch, in welchen Situation schrumpfe ich da, um auch mal zu gucken, mein Erwachsenen, ich könnte das diese Situation bewältigen, wie würde das gehen, dass man diese Situation einfach für sich auch noch mal reflektiert und wie gesagt, was, denke ich, immer sinnvoll ist, sich da noch mal Unterstützung zu holen, therapeutisch oder von einem Coach. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, weil ich persönlich habe schon Zweifel daran, dass man das alleine irgendwie hinkriegt. Ich denke, es ist da sinnvoll, sich Unterstützung zu holen. Es braucht manchmal gar nicht so viel und so lange, aber es ist trotzdem noch mal wichtig, wenn wir erst mal in diesem State sind, das ist echt schwierig, da rauszukommen. Und was du schon machen könntest, wäre dir zu überlegen, wie würde denn mein Erwachsenen, ich in diesen Situationen reagieren? Weil darauf haben wir rational ja meistens schon mal Zugriff. Das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Genau. Ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte dich ein bisschen inspirieren und dir ein paar Erkenntnisse einbringen. Ich finde es total wichtig, so etwas zu wissen, weil wir uns ganz oft fragen, also ich habe mich das ganz oft gefragt und kriege das auch von meinen Coaches gespiegelt. Geht es nur mir so oder geht es auch anders? Habe ich sie nicht mehr alle nach dem Motto? Oder bin ich die Einzige, die mit solchen Problemen hier rumrennt, wenn wir das Gefühl haben, dass bei allen anderen alles in Ordnung ist? Und da kann ich einfach noch mal betonen, dieses Ding mit der Altersregression, ich bin mir so sicher, dass wir das alle haben. Also ich habe das schon so oft erlebt. Im Coaching, eigentlich bei jeder Thematik steckt da auch ein bisschen Altersregression hinter. Wirklich, 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 wirklich. Es ist einfach so. Es ist krass, aber es ist so. Auch in sämtlichen Dialogen stelle ich das fest. Schwupps, die Wupps, geht es da mal kurz ins Kindig. Manche kommen da auch schnell wieder raus. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Kommt auch immer aufs Thema an. Aber das ist, ja, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also es gibt so, ich könnte das noch tausendfach weiterführen mit tausend Beispielen. Ich habe gerade so an Dunkelheit gedacht. Manche haben extrem Angst im Dunkeln. Hatte ich auch schon mehrfach im Coaching. Oder andere, wirklich diffuse Ängste, die da auftreten in unterschiedlichen Gestalten. Sorgen, extreme Sorgen. Ja, dieses Everybody's Darling Ding, das ist auch immer noch so ein, oder ich muss mich hier behaupten, ich muss cool sein, ich muss stark sein. Kann auch so ein Ding sein. Ja, gut, ich wollte den Podcast beenden. Also, es würde mich wahnsinnig interessieren, wenn du mit mir teilen magst, was du für dich mitnimmst, wie die Folge für dich war. Das wäre wirklich richtig, richtig spannend. Wie gesagt, das ist ja kein diagnostischer Podcast, sondern einfach eine Hilfestellung, etwas, worüber du rumreflektieren darfst und worauf du vielleicht mal achten kannst im Alltag und vielleicht auch, um eine Erklärung zu haben für so manche Situationen, die dir im Alltag so begegnen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder oder hören uns nächste Woche wieder live aus Wien. Und wie gesagt, 18.8. 17 bis 20 Uhr gesunde Feedback-Gespräche. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und Coaching-Plätze gibt es noch ein paar im August. Das kannst du dir auch sonst nochmal in den Shownotes angucken. Ansonsten beende ich diese Podcast-Folge. Alles, alles Liebe für dich. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Vielen, vielen Dank dafür. Für dich von Herzen gedrückt. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing